Schau Eduard, da ist es. Das ist das Hotel von meinen Brüdern. Wie lange bleibst du denn diesmal? Ich werde in Kürze heiraten. Okay. Wer ist denn diesmal? Ziel dieses Abends. Ich will Ihnen gefallen, ich will Ihnen imponieren, ich möchte, dass Sie mich in Ihrer Familie aufnehmen, die Arme ausbreiten und mich an Ihr Herz drücken. Mit was der sein Geld verdient? Bestattungsinstitut Himmelreich. Meinst du, dass wir von dem einmal Prozente kriegen, wenn es einmal so weit ist? Mein Anwaltsbüro hat mir mitgeteilt, Sie sind dabei, Auskünfte über mich einzuholen. Fährt ins Hotel Sacha nach Wien, lernt meine stinkreiche Schwester kennen und schon nach drei Wochen, Platz, will er Sie heiraten. Ich möchte alles über diesen Herrn da erfahren. Sie sind schwanger. Schwanger? Schwanger. Schwanger. Vielleicht ist er schon mein Pfennig gesessen. Oder er hat eine Truppenkrankheit. Irgendwas muss er haben. So, Vater, das ist die Nane. Ein Vollweib. Und in vier Wochen ist Hochzeit. Bitte sagst du ihm, weil mir glaubt das nicht. Vielleicht sollten wir ihm die Heiratsurkunde zeigen. Gott, Gott. Und dann? Hangare adorable. Bönego dauert? Bö宮 Talk? destroy wir also? Ich gib. Sag, es geht dich IN hier. Wo ist denn always und ich unterstütze, wenn ich es könnte, wenn wir ihn nicht Ja. Und okay? Da wäre key.